Können wir auch machen. Machen wir Dienstag, alles gut. Heino ist es, ich muss am Mittwoch wieder arbeiten. Machen wir so, wir haben hier nur noch die Quali und das Rennen, ne? Richtig. Ne, passt alles gut, können wir so machen. Dann machen wir, keine Ahnung, um 11 oder so, dann baue ich dann um die Technik rum. Oder so, ja. Ja, blöd, dass das mit dem Volpe bei mir nicht klappt. Das wird doch wie gesagt auf absehbare Zeit so sein, zu bleiben. Ja, was kann ich dafür, wenn die Festplatte halt sagt, ist nicht. Bereit zum Kampf gegen Gegner. Naja, ich habe einen anderen GTA-Teil gefunden, den ich jetzt angefangen habe zu let's playen. Geht morgen los. Heißt? Die Kralle ist aktiv. Bereit scharf gemacht, Tür in der Ruhe bleiben. Zehn Sekunden. Nur noch fünf Sekunden. Razorgranate sind eingesetzt. Zuversperre scharf gemacht. Abstand halten. Heimklang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Barriere platziert. Wir sind abgerechnet. Hör mal nach, jetzt auf der Wände. Sie kommen immer näher. Bitte was? Ich werde es Ihnen nicht leicht machen. Oh, nicht. Die Gegner haben einen entschärfer Eintritt, der muss zerstört werden. Entschärfer lokalisiert. Die Bomben schützen. Den Entschärfer deaktivieren. Die Bomben schützt. Die Bomben schützt. Die Bomben schützt. Ist das genug? Wie geht es, Katja? Na, Katja? Die Positionen. Die werden in der Hand sein. Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Zugangssperre angebracht. Soll sie vollkommen. Razor-Kanate unterwegs. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Sicher, sie mögen Überraschungen. Gitterhalt gelegt. Sicher, Abstand halten. Was? Die Junge ist schon drin, da der Bombe. Welcher? BB, oder? Die Gegner haben eine Entschärferung in meiner Bombe platziert. Zerstört ihn. Montagne. Na ja. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Die Sport-Hanniger, mach mal. Mario und der Mond. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Pfff. 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 Da ist mein Bier. Pfff. 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 Pf. Pfff. 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 Du musst ihn noch verlegen. Boah, naja, ein Speed. Sonny, ich will ein Rind von dir. Ja. Ich hab Angst. Tracks eingesetzt. Hier nicht. Talon, acht Schild platziert. Suche eine neue Position. Keine Dank, wir folgen. Tracks eingesetzt. Tracks eingesetzt. Tracks eingesetzt. Tracks eingesetzt. Der Schlager ist nicht länger in deinem Besitz. Träbiere Adrenalinschub. Stohl Sprengsatz aktiviert. Ach, der Schlager ist nicht länger in deinem Besitz. Träbiere Adrenalinschub. Ja, ja. Hier hinter wahrscheinlich, oder? Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ja. Was soll ich machen? 15 Sekunden. Achso. Oh, ja, ich hab nicht gesehen, dass ich das Ding habe. 10 Sekunden. Ja, ich hab das nicht gesehen, ich hab echt nicht gesehen, dass ich das Ding hatte. Sonst hätte ich das gemacht. Ja, wie gesagt, ich hab's echt nicht gesehen. Tut mir leid. Ja. 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 Ja.